Willkommen zu unserem heutigen Video über Arpes mellifika. Arpes ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Gift der westlichen Honigbiene besteht und aus der ganzen Biene hergestellt wird. Bei welchen Leitsymptomen nimmt man Arpes mellifika? Bohrenentzündungen Entzündung Allergien Rötung Gereizt Empfindlich auf Berührungen Schmerzen sind brennend Schmerzen sind stechend Zittern Juckreiz Anwendungsgebiete Plätzlichen Beginn einer Erkältungskrankheit Harmblasen oder Gelenkentzündungen Windpocken Masern Binderhautentzündung Brennender Harndrang Schwellungen im Gesicht Mehr zur Einnahme von Globuli und den verschiedenen Potenzen erfährst du in meinem Video mit dem Titel, Dosierung homöopathischer Mittel, welches ich euch hier verlinkt habe. Das war es für heute über Arpes mellifika. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich für Sie war. Bis zum nächsten Mal! Bitte beachten Sie, dass dieses Video keine ärztliche Beratung ersetzt und wir von jeglicher Haftung befreit sind. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, bevor Sie irgendwelche Behandlungen einleiten.